Vielen Dank an alle Sportwarte an und neben der Strecke, an alle ADAC-Ortsclub-Vorsitzenden, Vorstandsmitglieder, Mitglieder und deren Helferinnen und Helfer. Viel an die Eltern, die ihre Kinder wöchentlich zu den Trainingsfahren und sie unterstützen. An die vielen Personen, ohne die unsere schönen Veranstaltungen nicht möglich wären. Egal ob bei strömenden Regen oder brennender Sonne. Einen herzlichen Dank für euren unermüdlichen Einsatz. Untertitelung des ZDF, 2020